Ich bin Sabine Reimann. Ich habe ein Private Health Club in München und wir bieten Reue Kunden online und offline, um sie von A nach B zu bringen. Also wir machen sie grundsätzlich immer gesünder, fitter und glücklicher. Ich glaube, ich habe leichtes Helfer-Syndrom, aber ich bin auch wirklich der Meinung, dass man im Leben glücklicher sein kann und in allen Lebensbereichen mehr erreichen kann, wenn man sich sehr gesund ernährt, fit ist und ausgeglieren lebt. Ja, meine große Herausforderung ist natürlich, dass ich alleine gegründet habe, vor zehn Jahren. Wir haben heute das zehnte Jahr und ich habe das von A bis Z aufgebaut und das war alles am Anfang natürlich bei mir im Kopf, die Trainingspläne, die Ernährungspläne, die Coachingsfragen und dann sind wir ziemlich schnell größer geworden, sind wir gewachsen und dann hatte ich wirklich ein Problem mit meiner Zeit und habe dann ein Software-System gesucht, das mir dabei unterstützen kann. Es ist erstens, wir sparen Zeit und wir sparen Kosten und das kommt, weil wir viel von den Kunden in ein Online-Tool integriert haben und wir eigentlich kein Papierkram mehr haben. Aber auch im Backoffice, das heißt die Rechnungstellung und die Abrechnung, die läuft alles automatisch, was uns natürlich viel Zeit erspart und wir brauchen auch keine Mitarbeiterinnen dazu oder Mitarbeiter. Der zweite Grund ist, dass es Spaß macht, auch Kunden außerhalb unserer Ort, wo wir das Studio haben, München, auch Kunden betreuen können. Das heißt im Ausland oder wo die dann auch sind, können wir die betreuen. Und der dritte Grund ist, dass es wirklich Spaß macht, dass wir in jeder oder in vielen Sprachen arbeiten können. Damit sind wir eigentlich sehr international aufgestellt. Weil ich glaube, man kann mit dem System für unterschiedliche Nischen arbeiten und ich finde es wirklich, ich habe mir als Personal Trainer, als Coach sicherlich bei der Startphase sehr geholfen, einfach alles gut zu überblicken, sehr genaue professionelle Pläne zu machen und ich kann wirklich mich auf das System verlassen. Vielen Dank.